Das LG V20 ist eines der Phones vom Jahr 2016 für mich. Jetzt hier ist das LG V30. Ich hatte es mal ganz kurz in der Hand. Einfach so in die Kamera reingehoben und wer sich das Video erinnern kann, das ist das, was der Security-Typ hinter der Frau nachgeschaut hat. Schauen wir doch mal rein. Also einfach auch zur kurzen Information, das ist das LG V30 Plus. Das zeichne ich dazu nicht, dass es grösser ist oder so etwas in die Richtung, sondern schlicht ergreifen dadurch, es hat mehr Speicherplatz. Das hat jetzt 128 GB internes Speicher. Das ist der Phone. Schauen wir uns das nachher an. Dann haben wir... Yes! Kopfhörer of Bang & Olufsen. Das heisst, dass der Sound wieder so gut sein wird wie bei der LG V20. Dann haben wir diverse Adapter usw. Sofortstromadapter, Ladekabel. Kommen wir zur Hauptattraktion dieser ganzen Sache. Das hier ist das Phone. Kopfhörer-Jack oben, Ladeport unten. Und sonst relativ unauffällig. Kamera ganz kurz. Das Kamerainterface ist recht schön. Es ist so auf den ganzen Bildschirm verteilt. Der Bildschirm ist übrigens extrem viel grösser als beim Vorgänger. Wir haben hier die ganz normale Kamera. Das sieht das Bild so aus. Klick. Und dann haben wir die Weitwinkelkamera. Die kannst du oben mit den Tannenbäumen umstellen. Und die Weitwinkelkamera. Wow! Okay. Das war mein erster Blick. Ich halte mich jetzt mit dem Urteil zurück. Für das muss man für das Review wieder retter kommen. Bis dann. Manu, das Phone ist sehr geil. Wirklich im Fall. Du kommst auch anfällig. Wirklich im Fall. Wirklich im Fall.